Aber von den Löschdingern brauchen wir auf jeden Fall am meisten. Aktuell. Die Wache. Du bist erledigt. Los, mal platt. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaubt mir. Was ist los? Sie hören einfach nicht auf mich. Zeit für eure wohlverdienten Stab. So. Ruhe. Deswegen sind sie auch nicht rausgekommen. Da drüben. Da bewegt sich was. Hab ich nicht. So. Au revoir. Mein Großer. Ah, wir sind schon gehässig, ne? Vor allem erst wollten wir die Ratten eindämmen. Jetzt lassen wir's alle raus. Nur so fürs, äh... Protokoll in diesem Falle. Oh, was haben wir denn da drinnen? So, was? So, was? Am Anfang sind wir noch vor denen abgehauen. Sch, sch, sch. Die Talis hat das blutes Jung mit seinem eigenen vermengt. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Zwei Wachen. Vor allem, eine Möge. Aber entweder das, oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig... Und was war denn? Was? Was war das? Sie können mich nicht hören! Ja, das... Amicia! Amicia! Ihr nicht gerade zippert! Ja, ja, ja! Mann! Die Talis hat das blutes Jung mit seinen... Zwei Wachen. Eine für jeden. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das, oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Verlass dich auf mich. Oh! So! Hier ist es. Du bist dran! Jogi! Alter! Schnell! Vorsicht! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Och, Mann! Warum denn, ein Pfeil? Fies! Okay, dann weiß ich aber, wie es bescheidt. Vorsicht! Ja, aber du wirst uns nicht in die Finger kriegen. Ich glaube, den da oben kriegen wir nicht so leicht weg. Die Ratten kommen da nicht hoch. Egal, gehen wir halt einfach weiter. Ja. 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 Jawoll. Sauber. Ach! Hallöchen! Amicia! Ihr lebt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale! Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg! Nehmt die Treppe! Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Ähm, das brennende Haus? Ja. Wir können nicht zurück! Los! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Seid vorsichtig! Los! Ins Haus! Ja, darf ich erstmal hier so weit es geht alles mitnehmen, weil ich werde davon 100% noch welche brauchen. Die Winter voll! Machen wir nicht! Jetzt entweh ich meine Rattchen, meine Räckchen. Ah, verschlossen! Ich brech sie auf! Ja, ich bitte darum. Ein Stück! Dir zeig ich's! Da müssen die Wachen! Modric, geh in Deckung! Ugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Oh Mann! Ja, oh nein, 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 nein! Vielleicht sollte ich wirklich erst warten. Oh, verschlossen! Ich brech sie auf! Ja! Deckstück! Dir zeig ich's! Da kommen die Wachen! Roderick, geh in Deckung! Ugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Ja, die müssen aber erstmal... Nichts! Habt ihr's gefunden! Dann kommt die Wachen! Häh? Hä? Habt ihr gefunden? Amisa! Amisa! Ich glaube, heute wird das hier nichts mehr. Egal, er hat ja hier gesaved, weil ist ja Point of Controllation. Also machen wir erstmal hier Schicht im Schacht und machen einen anderen Tag weiter. Oder gleich für euch im Anschluss, je nachdem ihr zusammen seid. Für mich ist heute erstmal die Aufnahme erstmal soweit durch. Bis zum nächsten Mal. Haut da raus! Mal ernsthaft, das ist, glaube ich, die widerlichste Stelle im gesamten Spiel. Viel Spaß. Oh, mein Herr. Oh, mein Herr, was ist das? Aussperren! Finde geht der Antwort nicht nur. Er wird dafür bezahlen. Komm, jetzt lass mich doch... Ach, die Laterne können wir... Wir wollen spielen, hm? Und das ist ein paar Worte! Das ist ein Tier also. Ah! 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 Gibt es dir gut? Mann! Ich denke schon. Lass es gut sein, Rudrik! Erinnert euch daran, dass ich euch bald noch nie wütend mache. Ja. Aber jetzt sammeln wir erstmal diesen ganzen... ...Kladiradatsch... ...ein. Wer weiß, wofür wir das alles noch gebrauchen können. Oh ja, was herstellen. Ah, die haben jetzt auch noch was. Die Toten. Oder auch nicht. Gib mal weg. So, jetzt haben wir alles. Fast. Jetzt haben wir alles. Weiter geht's! Scheiße! Toller Plan! Nein, na, Mies hier! Das können wir nicht! Wir werden nur quen! Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Ruhig, folgst du uns? Bis in die Hölle! Ja, da sind wir bereits! Nur mal so bei so Way-Affi! Hehehehe! Nur Mut! Schaffst du das? Gerecht! Los, Rodrik, du starker... ...muskelbepackter Mann! Nein, tut sie nicht! Das tut sie erst, wenn wir raus sind! Eier! Ugo, du hast den Hoffmann der Inquisition besiegt! Du bist hart im Nähen! Härter als ich! Wirklich? Ich lebe nie! Bin dran! Dein Vater zu sagen pflegt, das Feuer macht den Schmied! Eier! Darf ich jetzt hier mithusten, oder wie sieht das aus? Das ist nicht Rodrik Schmiede hier? Metafall! Ja, äh, 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 äh! Oh! Der ist für dich! Du bist erledigt! Genau! Aber volle Karwumse! Gute Arbeit! Ich hab mich von etwas gehen lassen! Kein Thema! Hast du toll gemacht, Rodrik! Hast du schön gemacht! Aufgepasst! Wir wussten, dass Einzelne sofort gerichtet wird! Dieser Ort steht unter Quarantäne! Und fällt unter die Rechtsprechung... Quarantäne, Quarantäne! Aber wir sind nicht krank! Seht uns an! Wir wollten nur unsere Hartseligkeiten holen! Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach! Vergiss es! Aber hier sind keine Ratten, das ist... Mein Problem bei der Sache jetzt! Alle suchen uns jetzt aber nicht, oder? Weil wir uns sehr verletzt... EINDELNE Vermeuer! Vielen Dank.